Jo Leute, wir sind's wieder, GoFu! Ja, und zwar... Seit einer oder zwei Wochen ist kein Video mehr gekommen. Ja, das sind mittlerweile drei Wochen. Oder so. Woran lag es? Na ja, wer fängt an? Egal, vergesst das mal. Wir hatten geplant, letzte Woche vielleicht einen eigentlichen Livestream zu machen. Er wurde auch hochgeladen. Nur wie vielleicht einige Leute von euch gesehen haben, ging ja so fünf Minuten mit ein paar Lags, würde ich jetzt mal behaupten. Also YouTube meinte erst so, wir haben OBS-Server gestartet, alles eingerichtet. YouTube meinte dann so, ja, ihr habt grünes Licht und starten dann gerade den Stream, alles läuft gut. Und auf einmal sagt YouTube, nein, wir brechen diesen Stream jetzt ab. Und somit war dann die ganze Internetverbindung für ein Otto. Ja, das ist ja echt kacke. Nur dafür als Entschädigung gegen wir dann. Ja, wir waren schon im Rage deswegen letzte Woche Sonntag. Boah, sind wir hier am Ausrasten gewesen. Aber dafür haben wir ein paar wundervolle Neuigkeiten für euch. Ich weiß noch nicht, wie ihr es seht, aber ihr habt ja bestimmt schon mitgekriegt, am 20. Ersten, äh, doch, am 20. Ersten, ähm, wurde was released, vom guten Herrn Bruce Dickinson. Und zwar, what does this button do? Seine Auto-Biografie. Haben wir uns direkt mal gegönnt. Ist ein gutes Buch. Und jetzt kommt jetzt ein paar Moment. Nein. Wow, 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 ey. Vergiss wiederum was. Wir nehmen diesmal nicht mit dem Handy auf. Ganz im Gegenteil. Ja, weil der Cam. Wir haben uns eine vernünftige Kamera besorgt. Endlich. Oh ja. Wir haben auch mal Zeit. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Hauptthema. Ja, kommen wir mal zum Hauptthema. Und zwar haben wir uns vor einer oder zwei Wochen etwas bestellt. Das war vor einer Woche. Ja. Letzte Woche Samstag kamen die Amphi. Die sind angekommen. Und was sind das? Die Ultrasiven Amphi-Tickets. Von daher, ihr werdet uns definitiv am 28. Juli, ne, äh, doch, am 28. Juli werdet ihr uns beim Amphi-Festival in Köln am Tanzbrunnen sehen. Oh ja. Ja, da freue ich mich sogar drauf. Ja, David ist sicher auch am überlegen, ob er sich noch die Sonntagskarte holt. Dann ist es günstiger für die. Ja, keine Ahnung. Also, äh. Der zahlt ja nur 20 Euro drauf. Ja, weiß nicht. Der zahlt ja wieder 60 Euro drauf für die Sonntagskarte. So, und, ähm, dazu jetzt aber noch eine kleine Outfit-Info. Und zwar, ähm, bin ich dabei, mein Outfit schon mal zusammenzustellen. Das heißt, Netshirt, meine Hose, die ihr vom Marilyn-Manns-Konzert kennen solltet. Ähm, Jersey, den ich noch umarbeiten werde mit paar Kettchen und paar kleinen Accessoires. Ähm, ich werde so ein kleines Hexenmeister-Kostüm versuchen rauszubauen. Aber dafür, dazu werden wir kurz vorm Amphi, glaub ich, nochmal ein Outfit-Video rausbringen. Oh ja, oh ja. Ähm, wo ihr uns dann, ähm, ja, unsere eleganten Pracht sehen könnt. Und mit unserem Make-Up natürlich. Außerdem sind wir ja nur nicht auf dem Amphi zu sehen, ne? Also, dann sind wir auch eine Woche später. Auf dem MPS in Köln. Oh ja, auch den Samstag, ne? Ja, auch den Samstag. Und darum sind wir ja nicht alleine an den jeweils festigen Tagen, Tagen, sondern wir haben unser Kamerateam dabei. Ja, wir haben auch alle ein schlechtes Kameramann in der Welt dabei. Ja, wir kennen ihn ja noch aus dem MPS-Video. Wenn nicht, Link ist in der Beschreibung. Tut mir jetzt schon mal leid. Sorry, Fabi. An dieser Stelle, ähm, ich denke, warum ist das magnetisch? Aber vielleicht liegt auch daran. Na, auf jeden Fall, ähm, ja. Es wird wieder des öfteren Videos von uns kommen. Ähm, so gut es geht, wirklich, alle zwei Wochen. Alle gefühlt mich nicht in der Kenne. Ähm, also würde ich jetzt sagen, oder würden wir jetzt sagen, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ähm, schreibt's doch mal unten in die Kommentare, wir überlegen uns schon mal ein kleines, neues Thema. Und, ist dir mal aufgefallen, ich bin ja in diesem Video ziemlich aktiv. Ja, was ist los mit dir? Keine Ahnung, vielleicht liegt es an der Kerbe, oder vielleicht, oder ich bin einfach nur so bewusst, vielleicht angefangen, dass ich mich nicht in der Kamera sehe. Also wir sehen zwar die Spiegelung der Lente, aber es ist das, was wir wirklich wollen. Nein, ähm, auf jeden Fall solltet ihr noch irgendwelche Themen haben, ähm, schreibt's durch unten in die Kommentare. Ähm, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!